hallo herzlich willkommen ich bin der samtex wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren folge battlefield hardline das ganze spiele ich auf der xbox und ja das ist ein erfolg der hollywood versteck heißt der dann gibt es einen in der man muss in die villa hier sowieso rein und da ist auch ein versteckter tresor drin und den muss man einfach nur aufmachen und dann kommt eigentlich der erfolg deswegen läuft das ganze hier auch ein bisschen schneller wie sonst weil ich könnte das video aus lange lassen aber dann dann habt ihr nichts davon das geht dann was er sich 10 15 minuten für ein erfolg gesundheit und dann ist das etwas blöd ich könnte den erfolg auch einfach nur kurz schneiden aber dann hätte ich ein video von 30 40 sekunden und keiner weiß wo es ist und was zu machen ist deswegen dann einmal so hier wie gesagt wir sind in die villa rein und jetzt dann nachher gleich muss man doch mal hier die ganzen gegner weg machen und wenn die ganzen gegner weg sind dann einfach nicht die villa verlassen sondern einfach kurzen wookie folgen wenn ich ein gps wäre ein navigationssystem wäre dann einfach darauf verlassen im buch hinterher und dann passt das iphone war das aber keines aus wie ein samsung wie die alte hin so jetzt hat jetzt einfach hier die die gegner weg machen und wenn die damals weg sind dann läuft es auch schon wieder in das bildschirm normal sprich dass ihr wisst was hin muss es geht einmal im erdgeschoss ist der fitnessbereich da geht er hin und dann ist es die rechte wand versteckte schalter einmal drauf drücken geheimtür öffnen und das war's das ist er dann der erfolg hollywood versteckt blingend heißer und eigentlich ganz easy zum fänden also einfach nicht das haus verlassen weil es müsste zu einfach normales machen kontrollpunkt laden hilft da nichts und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen sprich beziehungsweise geholfen wünsche euch noch was schon haut rein Das war's.